Wenn man vom Date nach Hause fährt War echt schön, danke fürs nach Hause fahren Ja, kein Problem Wir schreiben, ciao, ciao Ja, bis dann Boah, endlich, in meinem Magen haben sich zwei Bar angestaut Boah, der stinkt aber Scheiße, sie hat ihren Schlüssel vergessen, was mach ich jetzt? Upsi, ich hab meinen Schlüssel vergessen Pui, nach was riecht's denn hier? Das kommt, glaub ich, von einem Güllewagen, der gerade vorbeigefahren ist